ja ja dieses bei jedem dritten schlag so ja kloppen kloppen von allen seiden mal ordentlich kloppen so ist das denn für einer 34er ja da bin ich auch gerade gedodged zwielichtige händler aber der hat irgendwie items oder so mit dem kannst du handeln wenn du den silber coins gibt also erst wenn wir es später jetzt sind wir jetzt können wir das noch nicht jetzt will er uns einfach nur kleppen jetzt will uns einfach nur kleppen als ob es kein morgen gäbe hier ist endlich die kumpfermine da ist schön jetzt haben wir auch hier 25 prozent bonus könnten wir das wirklich hier so aufmachen mal direkt mehrere das ist noch mal zwei stück ist nicht hier haben kein kurs mehr anstatt ne wir brauchen wir brauchen stuf ach da saß ein production ich guck mal wieviel rafting so ich gehe mich mal kurz sehr gut müssen wir hier rein oder ja genau hier drin sind auf jeden fall das hatte ich auch ein singleplayer schon gezockt hier die dinge kann man kaputt kloppen geil und hier sind auch diese höllen kriegstrombeten das sind diese pilze die müssen wir auch sammeln die machen lustig sagst du ja die machen richtig lustig sagen wir mal lustig hast du richtig gute laune na komm mach den schock komm mach das ding hätte nur zwei prozent aber egal blatt ist blatt der ja ja das ist hier drin alles mitnehmen alles looten ja 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 das erinnert mich ein bisschen an die imperator zustechen ja da freut sich echt immer wie ein dreijähriger ich fand das ziemlich cool die typen das hätte ich nie gesehen ich kenne immer nur die legende über den doch ich habe immer was gesehen aber ich glaube die legende ist geiler als der typ an ich ja so da unten ist übrigens ein boss aber da ist richtig viel kupfer ich weiß nicht ob wir die zu zweit schaffen was meinst du raymond diesen minen boss weiß ich nicht welcher ist das überhaupt guck da einfach das level an das sind einfach klappen und wenn wir sterben war zu stark dann müssen wir den ganzen weg noch mal laufen und genau das ist ein kupfer erst dann wieder kriegen war ein richtiger wasser hin könnt ihr euch apporten ihn könnt ihr euch apporten ist doch sowieso also dann gleich klatschen oder aber da hinten ist noch von einem seiten oder von einem seiten von rechts und links und rechts stock auch noch mal hier können wir glaube ich runtergarten die fresse und verdammt man macht ja da siehst du der mit den dicken hammer also der boss oder plex vorziehen was das heißt naja danach vollgas ja danach vollgas oh shit hatte 30 prozent so viel umgelegung hat er das blut sich die schönen sauber aus wir müssen den einklipsen reisen zu nein jetzt hat er eine rate gefressen scheiße das hatte ich vorhin auch mal weil er die in die liste in die leiste gepackt hat na toll was sie denn in die leiste denn in die leiste ja das macht ja automatisch das war ein wenig knapp aber 37 schaffen war ja und wenn wir den jungs klappen dann explodiert alles in seiner umgebung das heißt wir müssen schön mittig killen dann wird das komplette kupfer abgebaut damit er noch die kupferdinger mitnimmt ne genau ne brauche ich doch gar nicht scheiße aufhören ach das war dumm kann man das nicht abbrechen wenn man die mal aussahe ich glaube ja du kannst nur reviven nur reviven kannst du nicht abbrechen glaube ich ouch da ist halt ein zauberplatz alter der macht richtig damage damasch ich glaube er meint das damasch genau ganasch ganasch ist das wichtigste eine gleichmäßige ganasch stückchen oh boy alter was kommt denn der ja ne oh 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 mein life enraged mein life is life is life life is life life is life ja ich hebe mich kurz wenn der boss mich lässt ja ok ich glaube nicht zu dir ne genau das gegenteil ja haben wir jetzt den d gelockt ne der bringt dich grad um ne er geht jetzt auf dich ne er hat mich nicht mehr im fokus ne ich sag mir mal nachfragen ne aber trotzdem machen oh 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 ich muss mal kurz raus hier juhu juhu ach tun ist wieder am start hier so oah das war knapp wow die macht die attacke ja jetzt in alle seiden krass ey oh fuck oh crap oh boy oh crap oh boy scheiße er muss in die mitte ne da er ist tot ah shit ja egal ja egal egal hauptsache er ist tot egal kai boah pflanzen passen sind voll älter aber auch nicht ja schmeckt der zweimal der tue ich hab da nur 3 aufgebaut na toll hab ich selber gesagt und mich nicht drüber gehalten ja toll ja toll gemacht bei anderen ne da ansagen und dann selber schön mit zweierlei maas schön doppelmoral mal den stein jungen habe ich das was übersehen das war 2000 ja klingt ja schon viel besser du wichser ja ja da ist doch nicht blöd hat mein inventar ist voll Hast du noch Inventarplatz? Dann schmeiß ich dir hier mal ein bisschen Kupfer hin. Ja, ja, mehr als genug noch eine ganze Row. Da liegt Kupfer. Zum Bogenhang. Armpus, Winnie. Nee, Winnie. Fack dir auch nichts. Ich mach dir jetzt. Ich leuchte auch keinen oder denkst du mal. So, ja, Healen ist eine gute Idee. Ja. So. Und dann haben wir auf jeden Fall auch ordentlich Kupfer abgefarmt. Dann können wir auch wieder zurück, würde ich sagen. Oh, geil. Dreidel. Geil. 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 Ich lauf schon mal vorn, ne? Tschüss. Ich bin aber weg, ne? Um die Ecke, ne? Ja, einfach den gleichen Weg zurück, oder? Und damit kannst du die Markierung wieder weg machen. Ach fuck, ist ja schon wieder Tag, ey. Ja, gerade Tag geworden, als wir das letzte Ding weggekleppt haben. Richtig unlucky. Als wir den Bull weggekleppt haben. Gekleppt. Ja. Das ist ein Edelstein. Die kann ich hier nicht liegen lassen. Keine Ängste. Hier nochmal. Ja. Ja. So. Sehr gut. Und die ganzen Faser können in den Müll. Brauchen wir Schwefel und sowas jetzt eigentlich noch? Äh, wir haben noch. Wir haben noch was, aber stimmt, wenn wir was sehen sollten, wir es mitnehmen, ne? Ja, Schwefel würde ich, ja, würde ich jetzt, äh, Schwefelboss eigentlich um Bomben zu bauen, um gegnerischen Basen aufzusprengen. Aber es gibt auch Bosse, die haben wir vor Ort, wo du dich reinsprengen musst. Gab's nicht auch? Davon kommt später ein, also wir sollten. Gab's nicht auch Erzquellen, die man sprengen musste? Gab's doch auch, oder? Wir haben auch manchmal so einen großen Stein gefunden. Äh, ja, gab's auch, stimmt. Und dann, ja, ja. Hupferding hab ich gefunden sogar. Ja. Oh, äh. Warte mal, laufen wir nicht gerade bescheuert? Wir laufen gerade falsch. Wie lang? Ist kürzer. Oh, das ist ein effizientes Fuck. Ja, jetzt könnt ihr auch rechts rum laufen und dann nach oben. Schräg nach oben an dem gelben Punkt vorbei. Ja, jetzt sind wir schon vorbei. Dann fühl ich auch nicht mehr. Also hier. Ja, genau. Jetzt, jetzt nach oben, jetzt nach oben. Ja, laufen wir doch. Nö, jetzt einfach, jetzt seh ich so wie er umdreht, so komplett. Jetzt hab ich auch kein Bock mehr. Ist einfach nur, weil jemand das sagt, so aus Trotz. Mach deinen Schein alleine. Mach deinen Schein alleine. Mach dich jetzt raus. Ja. Er will doch allen nur helfen. Komm an. Ich lass mich hier nicht rumkommandieren. Nee, jetzt reicht's. Oh oh, Andrea. So nicht. Ne? Nicht in diesem Ton auch. Nice. Da fängts schon mal an und hört auch direkt wieder auf. Haben wir vier Stein in der Base. Normal Stein. Ja, ne? Ist ein bisschen aus dem Boden. Ja, so. Ich glaub, ein bisschen Stein nehmen wir auch mit. Boah, diese Sonne. Mit noch nem Ofenbau. Ja. Können wir auch noch machen. Also ich weiß nicht. Ich glaub, wir haben auch ein bisschen was auf Taschen, ne? 280, naja. Ja, ich auf jeden Fall auch noch. Wir brauchen halt noch mehr Öfen und Kupfer. Vor allem jetzt. Ah, ihr Schwebe. Für die nächste Quiz brauchen wir acht Kupfer. Können wir den Scheiß wieder machen mit dem Auflösen. Also Dismant oder sonst. Ja. Einer baut. Should we? Ja, scheiß auf Stein. Ah, da sind doch Pflanzen. Ähm. Da ist er. Ah, die reißen doch hier, oder? Ne. Ja, würd ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ah, hier sind nochmal Pflanzen. Ein Schwefel, oder? Oh, da ist ein Big Boss. Oh. Er hat ja ein bisschen Charge gemacht. Sechs Öfen waren richtig gut. Ja, man. Das war echt, das war insane. Ähm. Ähm. Achso, wir sind ja gleich da. Ich würde so. Der lange Weg hat sich ausgezahlt. Das kann man wohl sagen. Wir bringen ordentlich Kupfer mit. Edelsteine. Oh, stimmt. Oh, und Menschen. Oh, ich brauche Blut. Ähm. Ähm. Ich brauche Blut. Ähm. Oh, sorry. Wilder. Ne, alles gut. Ähm. Ich habe ja den eben letzten gerade gekillt. Ich hole mir zur Sicherheit auch mal kurz Blut dran. Ja. Und dann kann ich kurz pinkeln. Ja, ich muss tatsächlich auch grad. Der Kaffee kickt. Ähm. Aber ich hole mir auch erstmal hier hinten nochmal Blut. Sieben Prozent. So, dann warte ich hier noch kurz. Äh. Achso. Warte mal. Hier liegt noch. Na einprozentige Creature. Das schlechteste, was geht. Nice. Oh nein. Worst Case. Aber. Christine Latte ist Blut. naa 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 lalala blatt ist blatt ich beton auf … na 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 einmal durch zwirbeln sehr gut wird geschwert kriegt übrigens mehr blumen und mehr plantfeibe also pflanzenfasern so solltet ihr blumen mit schwert abbauen 8 kriegt mein meer das wusste ich nicht das ist natürlich nice so ist es nicht in the night oder das dark night stimmt was ist dann eigentlich wenn man nachtritter übersetzt ist das dann ja weil du hast bei den produktionsgebäuden hast du halt boni oben und wenn die auf dem richtigen floor stehen also auf dem richtigen boden verbrauchen die 25 prozent weniger material deswegen habe ich hier so abgeschlossenen raum gemacht kriegen wir halt aus x mod deswegen sollten wir alle banditen camps machen für die blueprints für die anderen bilden ja wir sollten jetzt sowieso noch ein paar busse klippen oder das her damit wir uns hier für die eisen das war genau den bus können wir dann klippen dann haben wir stein können wir dann herstellen das ist nice bergarbeiter keule ich glaube dass es hier beim einsortieren nicht wieder so eine taste gibt dass er einfach all das rein haut was da eh schon drin sind wir auch doch tut er hat dann ja was muss die kiste aufmachen und dann steht unten unten die rechte schaltplatte schaltfläche alles was schon drin ist rein sortieren also den stand übertragen genau ja genau ich will mal gesagt ich bin sofort wieder da also bis gleich ja jetzt hat jemand kupfer reingemacht ich habe kuffer noch überall reingeknallt wo ja platz war weil ich so viel davon hat ja aber es genau wird gerade überschritten ach genau ich glaube er macht immer das was am schnellsten hier zu stehen geht ich glaube die reihenfolge irgendwie kann auch sein so ich will kurz blut ist jetzt haben wir denn also bin übrigens wieder da und wir brauchen zu viele von diesen grasfasern was das da ist ja was zu viel davon ist kannst du unten in die ungeziefer maschine packen ok haben wir nicht noch eine kiste mit leim ja mit leim und ist ganz rechts leim kiste gute art leim ich glaube er ist kurz afghane mit der sorde floor ja ich glaube er hört uns weil er sein Headset dabei hat hat er noch ein wireless ah ich hab sie aus teppichrolle alter was das denn geil ist dina sagt ach geil lege einen bezauberten menschen hinein ja richtig geil kann man sich auch sortiersklaven machen das wäre auch geil ja was bringt eigentlich dieser steinsack hier in der mitte ist ja irgendwie geil für uns hast du hast du die mission schon abgeschlossen jahne ich habe gerade hier drauf gedrückt also was die mission ist ja da kannst du draußen machen aber hier steht noch an einen steinsack binden das muss ich noch machen ja legt sich rein hey wie liegt man sich da rein fc drauf bei mir kommt nix ich glaube du musst den abbauen und neue aus dem schlafen halten abreißen neubauen ne nicht abreißen ich kann kein f drücken das wird doch nicht angezeigt bei dem stein ding warte mal geh mal ins baumenü ja ja da drückst du mal linke maus hast du und movst du mal das ding also drauf links nochmal irgendwo ab ja dann guck mal ob du jetzt irgendwie ich kann kannst du ist noch jemand drin den nächsten weg um ob du schreien legen kannst du ich komme schreien sitzen wenn ich das ganze trug f zum schlafen ne geht nicht wird doch nicht anders wie geht bei mir auch nicht dann wird es auch nicht angezeigt ich glaube weil es deiner ist toni crazy schild ich glaube die an ist du musst den abbauen und neu bauen also drück auf b haben wir drüber und drück halt letztlich gerade so komplett ja aber es ist neu bei ist es denn die dinger weg 50 prozent nie 50 prozent ressourcen wieder nur ja jetzt hat das gemacht da sind umgesetzt nur ne nur umgesetzt müssen halt bisschen staub fahren neun habe ich hier noch mal die knochen hier rein machen